Startklar. Flammenwerfer aufgetankt und bereit. Kann losgehen. Du bist jetzt einfach mal zwei. So, ich hätte dir noch einen dritten Panzer und dann... Also, das ist doch gar nicht richtig im Bild, wird schon abgeschossen. Dann gönnen wir uns mal hier noch mehr, ne? Das musste ich noch aufrüsten. Gibt es ein Limit? Ich weiß es nicht. Also an Ressourcen im Lager. Ja, ist der Panzer auch mal so bereit? Auf den warte ich doch noch. Ja, das wird auf jeden Fall kein Gold werden überall, aber hey. 21 von 30 ist ein Limit an Leuten. Irgendwie wär's. Ich bin mir nicht ganz sicher, was du da zusammenberechnest, aber nein. Oh, Selbstversteuerung. Sie werden verbündet, also ich hab keine Verbündeten. Apropos, was hab ich da? Normaler Sammelpunkt, operieren und rein. Okay. Panzer sicher nach hinten. Die Fleischschild ist sicher nach vorne. Sie scheinen Abwehranlagen zu errichten. Oh. Anzünden. Das wird ein Feind lebendig verbrennen. Was? Dafür wird doch Beschützer gebaut. So eine Deckung ist ein bisschen schwierig. Ich hab nicht genug Deckung. Also ich hab nicht genug Deckung von meiner Einheit. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Ich wollte gar nicht so weit vorrücken. Ich wollte eigentlich nur so kurz da raus. Ach so. Test meinst du. Und da geht ein paar wieder vor. So weit wollte ich nicht vor, aber naja. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Ich glaube es. In der Slither spielen die so sehr, hab ich das Gefühl. Wir gehen rein. Könnt ihr mal eure Deckung? Danke. Bitte Deckung verlassen. Oder löst jemand eine Armee auf? Sehr gut. Ich hab mir das nicht vorgestellt, aber okay. Zieh doch mal so ein bisschen zurück. Ich wollte da gar nicht so reinfahren. Das ist einfach passiert. Ja, aber die kann sich verteidigen. Hoffentlich. Machen aber echt wenig Schaden in der Basis. Okay, ich brauch neu drei Panzer. Jetzt killt ihr da auch endlich mal. Ja, das ist gar nicht so schlimm. Alles gar nicht so schlimm. Das ist eine Bühne. Oh. Schuss. Ja. War so ein erster Testlauf, wisst ihr? Also das, äh, wenn sie vorhin war, soll ich da in Gebäude eingesetzt werden? So soll ich auch mal zwei bauen, denke ich. Ja, ja. Ressourcen. Ressourcen, Schmausen, Seiden. Aber geht sie das eigentlich so von alleine? Nein. Kann ich Dinger reparieren? Nein. Gut. Hm. Zwei zum Testen? Also. Ja, komm. Das darf man auch noch zwei bauen. Äh, ist das schon mein Ding, oder? Wird das automatisch schon abgezogen, wenn ich... Ja, okay. Dann lass ich das jetzt mal vollbauen. Dein Held kann reparieren? Mein Held kann nicht reparieren, was? Wo kann mein Held denn reparieren? Flammenwerfer sind bereit, Sir. Zieh los! Hä? Was lachst du da? Wer kann ich reparieren? Zieh los! Cobra, roll da aus. Ich kann F drücken und reparieren. Ja, kostet mich halt doch 150. Aber mein Held kann das nicht. Wüsst jetzt nie wie. So, ein bisschen diese Artillerie-Dinge. Okay. Maximale Population erreicht. Nee, das ist Fähigkeit F. Gut, auf ein neues. Auf ein neues. Gut, vielleicht kriege ich noch Bronze. Wahrscheinlich auch nicht. Haben die das neu aufgestellt? Das wäre vielleicht sinnvoll, die Basis da erstmal platt zu machen. Ich hoffe einfach, ich stelle euch nicht automatisch daran. Nee, das ist nach wie vor im Arsch. Oh, wow. Dann schieße wir das nochmal kaputt. Na, sieh mal einer an! Die Allianz hat sich eine kleine Basis errichtet. Unser Primärziel ist das Erreichen dieses Bauwerks. Die Basis zu zerstören hat sekundäre Priorität. Sekundäre Priorität. Alle Einheiten kommen da raus. Oh, wow. Was jetzt nicht so wichtig sein. Jetzt kann es locker vor. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Okay, die Atherriegeschütze tauchen schon mal aus dieses Gebäude. Einheiten, Mörder auch. Die Bauern, die hier alle eroberten können. Was zerstöre ich denn überhaupt? Hey, das Ding auch direkt zerstören, dann geht alles drauf. Guck mal einfach mal. Aber was jetzt? Was wird die Operationтора ha 너? Oh, 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 oh. Möcht nicht so bitte, mal weg hier. Ja, Sir. So, jetzt ballen wir das an. Oh, er schießt er hoffentlich. Das Geschützte hier ist nicht so wichtig. Und er zerfällt die Basis. Easy. So. Ich färb halt wieder ein, damit ich euch mitnehmen kann und weiter geht's. Hat aber doch nur einmal ein halber mir wieder gekostet. Man hat ja kein Ressourcen-Limit zum Glück. Also wir bauen drei neue Panzer. Zwei neue davon. Und dann bin ich schon erstmal am Limit, bis ich das da noch verheizt hab. Kann nicht lange dauern. Steht das Ding da noch? Schön, wer sich erstmal dreht. Nachdem er schon nervigst, schießt er erst drauf und dreht sich dann und nicht andersrum. Mehr Ressourcen, genau, was ich brauche. Skorpion ist aufgeteilt. Sind gestartet. Suchen nach Zielen. Die Panzer haben auch eine tolle Wegfindung. Online und unterwegs. Ich habe den Kontakt zu einigen Warthawks verloren. Könnten Sie nach ihnen Ausschau halten? Sie reifen an. Alpha Basis. Bravo 29 hier. Ich kann Verstärkung am Landeplatz absetzen, wenn Sie die feindlichen Einheiten aus dem Weg schaffen. Auf dem Weg. Hier kommt zusätzliche Verstärkung. Viel Glück. Was kommt denn da? Hier kommt zusätzliche Verstärkung. Skorpion ist ganz bereit. Ola. Gibt ganz schön was in meiner Basis. Naja. Passiert, ne? Ola. 34 von 30. Solide Sache. Ola. Feindlicher Eingriff. Ola. Ola. Okay. Ola. Feindlicher Eingriff. Bist du ernst zu nehmen? Nein. Ich muss noch ein Problem mit. Kann ich da einfach... Nein. Das Schild hält alles ab. Okay. Mach doch mal Platz für die... Kommen wir denn hier? Wir stehen da, wenn das keine Blase hat, oder? Wenn wir die Raffinerien hochjagen, erwischt es auf die Luftfahrzeug. Die Luftfahrzeug. Toll! Wir gehen rein! Zieh voraus! Wir gehen rein! 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 Wir haben Wasser hier noch keine Luft haben. Aber ich hab's gefunden. Lass es in die Luft sprengen. Das Ding überhaupt ne Lebensanzeige. Wir gehen rein! Wir gehen rein! Dann müssen wir mal die Fässer in die Luft sprengen. Wir gehen rein! Wir gehen rein! Wir gehen rein! Wir gehen rein! Jetzt ganz locker vor. Wir gehen rein! Wir gehen rein! Wir gehen rein! Wir gehen rein! Wir gehenyn! wo sieht er überhaupt hin? da muss ich... ja hab ich noch ganzes stück entfernt nicht dass ich aussieht dass ich die mission beende das wollen wir ja auch nicht es gibt ja noch missionsziele die ich erfüllen muss weil ich will das wollte ich doch auch mal drauf schießen ich kann ja diverse sachen die man in die luft sprengen können ich soll nicht locker vorgehen sondern ich soll einfach erschießen hallo, nehmt das doch mit ach können das die Pfeile es ist nix zum drauf schießen können die Panzer nicht mit umgehen ich weiß auch nicht warum ich die Ressourcen mitnehme ich brauche die nicht so wirklich aber ne so was ist hier? ach die Verteiligung ist aber solide da kann man sich nicht beschweren über die ok kannst du diese tipps die ganze Zeit, kann man die abschalten? geh mal so ein bisschen auf den Sack spiel kii-ratgeber danke spontan wir mal, wenn wir gerade dabei sind sind immer gleichen dümmlichen tipps nach das ist so als wenn der film im chat schreibt ist auch nicht nützlich ich kann da was hinstellen sicherlich nicht muss ich gleich mal gucken gehen auf geht warte auf befehle warte auf befehle auf geht auf geht auf geht warte wir gehen rein behaltet die beute immer nützlich auf geht auf geht auf geht und mal das hier nicht so was denn ein blinkender turm auf geht gut dann fahren wir auf hier rum raus weiß ich noch nicht brauchen sie mehr panzer ja definiert das konzept von truppen limit nicht verstanden sind noch ressourcen brauche ich nicht aber nehmen sie mal mit vor allem des rückzuges gibt es hier nichts mehr verbrannte erde nach vorne im moment das gibt keinen sinn geht jetzt super langsam wenn da noch einer steht mhm gucken wir doch mal was da noch steht da haben wir erstmal noch freunde da ist noch so eine plattform wo leute drauf stehen die erstaunlich viel aushalten vor dem panzer schießt sie ins gesicht und du lebst einfach noch wild da ist gar nichts mehr okay auf geht so wie baue ich hier noch was hin ach so auf geht verstehe auf geht auf geht auf geht auf geht das soll ich vielleicht erstmal wegrollen bevor ich darf das soll vollständig also grundschutzung Depot. Der Rest ist eigentlich nicht so wichtig mehr. Der Rest ist so ein bisschen irrelevant. Dann holen wir mal die Ressourcen rein. Schützt vollständig. Geschützt aufgerüstet. Das wird nochmal verbessert. Versorgungsmodul vollständig. So, hier seid ihr durch. Ich habe die Ressourcen mitgenommen. Rollen wir mal hier drüben noch auf. Wir gehen rein. Geschützt vollständig. Granate geladen. Versorgungsmodul aufgerüstet.